Hallo und willkommen zum Boss-Guide von Thorin. Der Kampf besteht aus drei Phasen und hat einen optionalen Hard-Mode. Ihr benötigt hier zwei Tanks. In Phase 1 betretet ihr die Arena und tötet den Wurm sowie die anderen Ads. Sobald diese tot sind, beginnt die zweite Phase und der Raid splittet sich auf. Die eine Hälfte bleibt in der Arena und kümmert sich um angreifende Ads und die andere Hälfte betritt den Gang und kämpft sich zu Thorin vor. Wenn ihr diesen erreicht habt, springt ihr in die Arena und Phase 3 beginnt. Solltet ihr das innerhalb drei Minuten schaffen, greift seine Frau Sif in den Kampf mit ein und beschießt den Raid mit etlichen Fähigkeiten. Das ist in diesem Boss-Kampf der Hard-Mode. Solltet ihr es nicht in drei Minuten schaffen, verschwindet sie. Nun geht es Thorin unten in der Arena an den Kragen. Starten wir aber nochmal vorne. Phase 1 dauert nur wenige Sekunden. Tötet hierbei einfach alle Ads inklusive dem Wurm. Splittet den Raid im Vorfeld in zwei Gruppen. Im 25er gehen meistens 13 Leute, priorisiert mit Fernkämpfern durch den Gang hoch zu Thorin und der Rest bleibt in der Arena. In der Ganggruppe reicht dabei ein Tank sowie zwei bis drei Heiler. Natürlich abhängig von eurem Setup. Sobald die Ads in der Arena tot sind, könnt ihr den Hebel an der Gittertür aktivieren. Hier steht nun die Ganggruppe bereit, um direkt loszustimmen. Der Rest verteilt sich derweil in der Arena. Schauen wir uns zuerst den Part in der Arena an. Währenddessen eure Kollegen sich auf den Weg zu Thorin machen, erwarten euch diverse Ads. Ads fokussiert hier auf jeden Fall die dunklen Runenkriegshetzer, da diese mittels Aura der Schnelligkeit das Angriffstempo der anderen Ads um 20% erhöhen. Ein euer Priester kann diese übernehmen und euch mit der Aura buffen. Das ist allerdings nicht unbedingt nötig, um die Phase zu überstehen. Als zweites sollten die Runen hervorruf verfallen. Diese erkennt ihr daran, dass sie direkt einen Kettenblitzschlag auf euch casten. Unterbrecht sie, so gut es geht. Sie können außerdem ihre Verbündeten heilen und haben einen Runenschild, welcher gereinigt werden muss. Die dunklen Runen-Champions stimmen zufällig Spieler an, haben einen Mortal-Strike und verringern dadurch die einkommende Heilung und machen vor allem einen Wirbel. Die letzten Ads sind die dunklen Runen-Bürger. Diese können euch unterbrechen und zum Schweigen bringen. Sie sollten demnach direkt von einem Tank an sich gebunden werden. Im Allgemeinen sind die Ads aber nicht allzu schwer. Zudem beschießt euch Thorin mit seinem Sturmhammer. Trifft euch dieser, macht er Schaden und stunnt euch für zwei Sekunden. Alle naheliegenden Spieler erhalten außerdem betäubenden Donner, was eure Zauberzeit um 75% reduziert. Steht deshalb die ganze Zeit weit genug auseinander. Hinzu kommt, dass er Kugeln auflädt, welche sich am Rand der Arena befinden. Diese knallt anschließend einen Blitzschock auf euch. Das ist ein weiterer Grund, weit von seinen Mitspielern entfernt zu stehen. Währenddessen kämpft sich die andere Gruppe Richtung Thorin. Wenn ihr um die erste Ecke seid, seht ihr ganz hinten schon einen runenverzierten Koloss. Achtet hier aber unbedingt auf seine Hände. Ihr müsst immer auf der richtigen Seite des Ganges stehen. Wenn er seine rechte Hand entzündet, geht sofort auf die linke Seite. Rechts wird nämlich gleich massiver Flächenschaden auf euch zurollen. Tötet nun die Ringwachen und die Akolyten. Letztere werden priorisiert. Ihr könnt und müsst diese unterbrechen. Die Ringwachen können außerdem durchbohren. Dadurch bekommt ihr einen Schaden über Zeitblutungseffekt, welcher erst stoppt, wenn das Ziel auf volle Gesundheit geheilt wurde. Beim runenverzierten Koloss angekommen, dreht euer Tank diesen direkt weg vom Raid, da er anstürmen und cleaveen kann. Liegt dieser im Dreck, geht es weiter durch die Tür. Hier erwarten euch auf der Treppe wieder einige Zwerge. Einfach wieder unterbrechen und töten. Oben angekommen erwartet euch schon ein uralter Runen-Gigant, welcher alle nahen Spieler mit Stampfen stunnen kann, steht also weit genug weg. Des Weiteren wird ein zufälliger Spieler mit Runen-Detonation an Ort und Stelle festgehalten und macht nach 4 Sekunden massiv Schaden an jedem Spieler, der sich in der Nähe befindet. Er rennt hier sofort weg und steht am besten von Anfang an etwas auseinander. Sobald ihr diesen getötet habt, geht es in den letzten Gang vor Torium. Rennt hier auf keinen Fall in die großen, mittigen Kreise. Diese stunnen euch. Lauft hier unbedingt am Rand weiter. Bei Torium angekommen, springt dieser in die Arena und Phase 3 beginnt. Nun seid ihr mit der anderen Hälfte des Raids wieder vereint. Tankt Torium in der Mitte des Raumes und verteilt euch um 360 Grad um ihn herum. Sobald ihr steht, ist der Zeitpunkt gekommen, um Kampfrausch zu ziehen. Er beschießt euch nun mit Kettenblitzschlägen, dessen Schaden pro Sprung erhöht wird. Des Weiteren bekommt ihr es mit seiner Blitzladung zu tun. Dabei aktiviert er einen Pylon am Rand der Arena und verbindet sich mit diesem. Nun fliegen zwischen Torium und dem Pylon im Blitzschläge hin und her. Ihr solltet hier auf keinem Fall dazwischen stehen. In regelmäßigen Abständen wird zudem noch der Main Tank von Schlag des Ungleichgewichts getroffen. Er verursacht 200% Waffenschaden und verringert vor allem für 15 Sekunden die Verteidigungswertung um 200. Hier muss sofort der zweite Tank abspotten. Habt ihr den Hardmode aktiviert, also Torium innerhalb von 3 Minuten erreicht, dann greift seine Frau Seth in die dritte Phase mit ein. Sie kann in der Phase nicht angegriffen werden. Außerdem victorium den Schwächungszauber Berührung der Vorherrschaft nicht, welcher den Schaden und die Gesundheit um 25% verringern. Sif beschießt euch nun die komplette Phase mit Frostblitzsalven, lässt einen wandernden Blizzard entstehen und führt euch mit Frostnova ein. Wenn ihr den Hardmode spielt, teilt unbedingt im Vorfeld feste Heiler für die komplette Arena ein, sodass jeder weiß, wo er zu heilen hat. Stellt zudem unbedingt ein Frostresistenz-Totem bzw. aktiviert eine Frostresistenz-Aura. Für manche Raids bietet es sich auch an, etwas Frostresistenz zu tragen. Behaltet euch das unbedingt mal im Hinterkopf, sollte es ohne nicht klappen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.